Und damit hallo und herzlich Willkommen zum dritten Teil des Let's Plays zu Cassette Beasts, einem Spiel, was ich unbedingt spielen wollte und was für euch in irgendeiner Form Content ist, während ich an den Hauptvideos arbeite. Das ist die kurze Zusammenfassung. Zuletzt waren wir hier vor dieser Höhle, die da, die ungefähr, und ja, haben sie eröffnet und betreten sie mal. Und hier drinnen sieht es so ein bisschen nach Dungeon aus. Ich weiß natürlich nicht, ob es wirklich so ist. Ich glaube, die Stadtbewohner haben hier früher Sachen abgebaut, sagte Kaylee, unsere aktuelle Begleiterin. Apropos aktuelle Begleiterin, ich habe was an der Gruppe geändert. Kaylee kämpft aktuell mit einem Drahtknappen. Damit fangen wir schon mal an. Und ansonsten, ich habe auch die Dominotte entfernt, die uns ja ursprünglich mal die Möglichkeit gegeben hat, dass wir so gleiten können. Aber ich habe sie aus der Gruppe entfernt und festgestellt, wir können immer noch gleiten. Also von daher ist es, ja, ich mochte sie nicht und ich bin froh, dass sie weg ist. So, was ist das hier? Ein defekter Aufzug. Was ist das hier? Eine, ein Bodengitter. Okay. Was ist das hier? Nichts von Belangen. Und das heißt, eine Carnivipa, die uns angreift. Ei, 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 ei. So, okay. Das heißt, hier können wir rüber. Also erstmal hochspringen. Nein! Das wären doch Erfahrungspunkte gewesen. Und hier können wir auch rüber springen. Super. Ein Schalter, der den Aufzug aktiviert hat. Sehr nett. Hatte ein bisschen Angst, dass es ein Ort ist, wo wir später wieder zurückkommen müssen. Ich meine, es kann ja auch gerne ein Ort sein, an dem wir später zurückkommen müssen. Aber ich würde mir wünschen, dass man hier erstmal trotzdem ein bisschen was erkunden und herausfinden kann. Wir gleiten hier rüber. Cassette, please. Solltet ihr erst in beiden Teile nicht gesehen haben. Ist, ähm, ein, also lebt das Pokémon-Konzept auf jeden Fall. So. Mit sehr netten, sehr coolen Twists bisher und einer sehr netten, äh, einem sehr netten Storytelling. Hey, du da drüben, diese Monster haben mich in die Enge getrieben. Könntest du mir mal helfen? Ja, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Wie komme ich da hoch? Wie soll ich denn da hin? Na? Ich weiß wirklich nicht, wie ich da hin kommen soll. Ähm, ich sehe jetzt nichts. Ne, das geht irgendwie nicht. Das geht irgendwie nicht. Ich würde ihm sehr gerne helfen. Wir finden mal einen Weg. Ja, ich helfe dir sofort. Ich muss noch auf den Aufzug warten. Ähm, hm. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Achso, achso, ne. Ne, das, das kann ich ja nicht. Wir können runterfallen. Das ist immer, immer okay. Ja, um ganz ehrlich zu sein. Vielleicht hier drüben. So. Ich dachte kurz, äh, vielleicht muss ich doch nochmal zurückkommen. Aber nein. Denn dadurch passiert das hier. Sehr schön. Tü-dümm. Wir gleiten und wir gleiten und wir fallen und wir fallen. Oh, mein Gott. Das klang, das klang auch nicht so gesund. Ja, wenn der Ausdauerbalkenring, wie auch immer, einmal leer ist, dann kommt man nicht mehr so leicht dazu. Äh, also dann dauert es ein bisschen, bis man wieder springen kann. Oh, diese Monster haben fusioniert. Oh, mein Gott. Oh nein, sie sind fusioniert. Hilfe. Und sind zu einem komischen schwarzen Monster geworden. Schurkenfusion. Dieses Monster ist das, was die Ranger eine Schurkenfusion nennt. Manchmal verstecken sie sich in Truhen, die in unterirdischen Höhlen zu finden sind. Gegen Schurkenfusionen zu kämpfen, kann eine gute Möglichkeit sein, wertvolle Gegenstände zu verdienen. Erfahrungspunkte zu erhalten und bestimmte seltene Monster zu finden. Vergiss jedoch nicht, dass sie wesentlich gefährlicher sind, als die anderen Monster in demselben Gebiet. Bestimmte Schurkenfusionen umgeben sich mit einem Schwarm anderer Monster, die du erst besiegen musst, bevor du gegen die Fusion selbst kämpfen kannst. Wenn du dir wegen deiner Kampffähigkeiten nicht sicher bist, oder du einen neuen Ort erkundest, solltest du Schurkenfusionen lieber aus dem Weg gehen. Wellpanscher und Hyper-Links-Ausleger. Tutorial abfangen. Charaktere mit abfangen fangen alle gegen ihre vermündeten gerichteten Angriffe ab. Ich hätte vielleicht hier dem Drahtesel, oder wie auch immer er heißt, auch mal irgendwas beibringen sollen. Wir könnten fusionieren. Ich glaube, wir sollten fusionieren. Die Hetzen von Atlas und Kaylee sind eins. Wir fusionieren und wir sind jetzt ein Geisterknappe. Sehr schön. Das ist stark. Was können wir machen? Ja, nicht so mega viel eigentlich. Wir sollten... Wir benutzen einmal Schärfen und danach werden wir ganz viel beißen. Das Problem ist, ich glaube... Ah, fusioniert kann man auch nicht so leicht Monster aufnehmen, ne? Weil ich hätte mir schon den... Irgendwem hier gewünscht. Hm, naja. Hm. Das war jetzt nicht so mega klug. Ähm, wellpuncher. Hat der Hyper Links auch Auswege abbekommen? Ne, doch nicht. Ne, okay. Doch, so war's. Ähm. Ja, mehr beißen. Charaktere mit Kontaktschaden verursachen eine geringe Menge Elementarschaden, wenn sie einen Nahkampfangriff landen oder von einem Nahkampfangriff getroffen werden. Ärgerlicherweise habe ich nur Nahkampfangriffe hier. Ja, okay. Das war jetzt unspektakulär. Ähm. Machen wir selber einen Elementarwall einmal. Und das könnte... Das könnte ein echt anstrengender Kampf werden hier. Aber vielleicht auch nicht so lange. Bestienwall. Wurde von dem Clubs, glaube ich, abgefangen. Ähm. Ja. Wir probieren nochmal beißen, wie das so läuft. Handkantenschlag. War kein Problem. Wellpuncher ist besiegt, immerhin. Jetzt kommt noch der Hyper-Links-Ausleger. Ja. Äh. Wir sollten defusionieren. Glaub ich. Ich glaube, das war nur so eine ganz theoretische... Ganz theoretisch war das nur eine gute Idee. Wir haben irgendwelche TM's. Also Sticker geben können. Naja. Ähm. Es sieht dann jetzt doch gar nicht mehr so mega schlecht aus, ne? Wir klapsen noch ein bisschen und beißen. Und ansonsten haben wir auch immer noch vier Monster in Reserve. Go, go, kill den Hyper-Links-Ausleger. Aber das ist ein fusioniertes Monster. Hm. Mit dem Clubs. Vergessen, ähm... Den Controller wieder unter den Tisch zu halten. Das mache ich immer, damit es nicht so viel auf dem... Ähm. Auf der Stimmen-Audio-Aufnahme auftaucht. Und... Das war's mit ihm. Und das war's mit ihm. Sehr gut. Nachdem... Jetzt aber zwei Links-Ausleger da stehen. Das ist, äh... Das ist auch spannend. Was werden die vom Typ sein? Keine Ahnung. Also. Wir... Werden... Jetzt könnten wir auch wieder aufnehmen. Das ist gut zu wissen. Wir werden aber erst aufnehmen, sobald nur noch einer da ist. Platziert auf dem Ziel eine Bombe, die explodiert, wenn sie nicht sofort durch Nahkampfkontakt weitergegeben wird. Das sind aber ja ärgerlicherweise Nahkämpfer. Und bevor hier eine Bombe auf uns hochgeht, ähm... Ist mir das, glaube ich, nicht so lieb. Ja, jetzt mal wir auch vorher dran sind, ne? Metalltypen können mit Angriffen des Feuertyps geschmolzen werden, was zu anhaltenden Schäden beim Ziel führt. Und darum werden wir jetzt mal versuchen, ähm... Diesen Links-Ausleger doch einfach, ähm... Aufzunehmen, zu fangen, wie auch immer. Oh, 20% Chance ist natürlich nix, ne? Und tendenziell jetzt sogar noch ein bisschen weniger. Sagen wir so 12. Gleichzeitig ist er verbrannt. Und wir entzünden ihn nochmal für noch mehr Schaden und eine 23% Chance. Ja, es hätte auch funktionieren dürfen, naja. Ähm, okay. Wir klären die Lage erstmal noch ein bisschen und greifen den anderen Links-Ausleger an. Damit der erste Links-Ausleger jetzt an seinem Feuerex gehen kann und dann... Oh, das... Mhh... Oh, es ist knapp. Wir... Wir bleiben da mal bei. Und ich glaube, klebrige Zunge kann... Irgendwelche Formen von Status-Veränderungen auf jeden Fall hervorrufen. Und das könnte gut sein beim Aufnehmen. Pam. 14% ist ja fast 100%. Also 15% erst recht. Und die klebrige Zunge, die er nebengegangen ist, die wird auch einen positiven Einfluss gehabt haben. Oh. Mann, ich will das Teil haben. Ähm... Verwertete Kassette, Plastik-Monster, Blitz-Monster, Gift-Monster. Ne, es ist wahrscheinlich nichts davon. Ach so, da kann ich nachschauen. Aber es ist ein Metall-Monster, also... Ähm... Dann nochmal der Versuch mit der klebrigen Zunge. 21%. Greif doch nicht... Atlas an! Tu's nicht! Nein! Verbrennen! Und krieg die klebrige Zunge mal ab. Es hat eine 75%-Chance zu treffen und es funktioniert einfach ums Verrecken nicht, ne? Ähm... Gut. Und dann folgendes. Rambock Präzision verringern. Die Frage ist, hat es... Ja... Ja, will ich... Ne. Ne, 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 ne. Dann ist es egal. Wir werden... Früher oder später werden wir... Werden wir so einem Linksausleger nochmal begegnen. Behaupte ich. Da gehe ich ganz stark von aus zumindest. Ja, also jetzt hier diese speziellen Kassetten auch noch, die wir haben, zu benutzen sehe ich nicht. Abgelenkt verringert die in der nächsten Runde die Präzision von Aktionen, denen man ausweichen kann und bei denen der Anwender anvisiert wird auf 0%. Raff ich nicht. Ach so, okay. Okay. Also, äh, doch. Also, alles klar. Wir sind... Wir machen uns ein bisschen unverwundbar für den Zug. Vorausgesetzt, es ist ein Angriff, der ein Ziel auswählt und der grundsätzlich auch fehlschlagen kann. Ähm, wendet eine zufällige Verstärkung auf das Ziel an. Handkantenschlag. Äh, fusioniertes Material, Plastik, blablabla. Ist okay. Puh, danke. Ich war auf der Suche nach Ideen für Sticker, aber dann wurde es ziemlich unangenehm. Ach, du bist vielleicht der Typ von dem Stand, ne? Sag mal, ist dir aufgefallen, dass die Aktion Bewegen des Linksauslegers zu Beginn des Kampfes automatisch aktiviert wird? Ich glaube, ich habe meine Inspiration doch noch gefunden. Besuch mich doch mal auf dem Markt in der Stadt. Ich habe ganz besondere Sticker für dich. Etwas Inspiration. Ja, tatsächlich hatten... War das die Quest, die wir mal angenommen haben irgendwann? Ich glaube, im letzten Video. Oh, ja, 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 knapp. Gut, mehr passiert hier nicht. Die Frage ist noch ein bisschen, wie kommen wir da hin? Ach, von da oben links, okay. Wir werden jetzt ja nicht auf die, ähm... Wir werden ja jetzt nicht auf die Kiste hier verzichten. Oh, ich bin... Ich bin so schlecht da drin. Okay, nächster Versuch. Ah, so. Es ist... Es ist unfassbar. Ich mache es wirklich nicht mit Absicht. Aber, ja, das ist halt auch ein bisschen immer... Naja, obwohl ich will es jetzt auch nicht auf einen Analog-Stick schieben. Es... Also... Also, ganz ehrlich. Es ist viel speichert schon zwischendrin. Weil es davon ausgeht, dass es jeden Augenblick hier zusammenbrechen könnte. Da, meine Güte. Zufällig. Führt eine zufällige Aktion aus, für die du genug AP hast. Wiederverwertete Kassette. Okay. Na ja. Immerhin. Immerhin war die Kiste nicht geschlossen oder so. So, was gibt es hier noch zu tun? Beziehungsweise, was sind überhaupt unsere Quests? Also, ja. Wir müssen irgendwie die Ranger-Captains finden und bei ihnen trainieren. Wir müssen grundsätzlich irgendwie einen Weg von der Insel finden. Und die, die Makler, ähm, aus dem Land vertreiben. Irgendwann, wenn wir 300 Holz haben, können wir das einem Typen geben. Bebender Boden. Das wäre jetzt ein großes Fahrzeug irgendwo. Ja. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht einmal tatsächlich in die Stadt und besuchen den, den Händler. Ja. Oh mein Gott. Cool. Übrigens, ähm, habe ich mir gerade gedacht, das ist hier eine Quest, die wir verfolgen sollten als nächstes. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Äh, so. Wir sollten uns ausruhen einmal. Das machen wir, indem wir uns an den Tisch setzen und eine kurze Pause einlegen. Und mit Kaylee schnacken. Dieser Erzengel, gegen den wir gekämpft haben. Morgante, oder? Wir haben ihn nicht alleine besiegt. Jemand hatte ihn vorher schon verwundet, als wir ihn fanden. Selbst geschwächt schien er ganz schön gefährlich zu sein. Wer auch immer ihn verwundet hatte, war bestimmt absolut brutal. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Da kommt man sich doch als Mensch im Vergleich enorm mickrig vor. Ja, enorm mickrig ist auch eine interessante Konstellation von Worten. Bestimmte Kassetten können remastered werden, wenn sie 5 Sterne erreichen. Durch Remasteren wird eine Kassette zu einer stärkeren Gestalt weiterentwickelt. Ihre Werte nehmen zu und sie lernt neue Aktionen. Einige Monstergestalten sind nur durch Remasteren erhältlich. Und in manchen Fällen kann sich die remasterte Kassette je nach Bedingungen unterscheiden. Remasterte Kassetten, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Ja, Geisterschaft, Remaster. Da hoffe ich ja drauf, dass es irgendwie mal ein bisschen cooler wird. Ein Geist kann nicht ewig in der Zwischenwelt bleiben. Entschuldigung? Abbrechen. Was soll ich machen? Remaster. Entwickele deine Monstergestalt weiter. Die Kassette Geisterschaft zu einer stärkeren Gestalt remasteren. Ja, ein Geist kann nicht ewig in der Zwischenwelt bleiben. Ins Jenseits aufsteigen, zur Erde zurückkehren. Aha. Oh, das ist wahrscheinlich eine von zwei coolen Formen. Nein, dann gehen wir ins Jenseits, komm. Uh, deine Kassette Geisterschaft wurde zu Woltergeist. Im Gegensatz zu Geisterschaft ist der Woltergeist ein untotes Wesen, das sich nur teilweise auf der körperlichen Ebene manifestiert. Ähm, wenn er sich in der Nähe eines Ortes aufhält, an dem jemand gestorben ist, sollen seine Hörner Spitzer werden. Ja gut. Es kann relativ gut übrigens Nahkampfangriff und Tempo. Gut zu wissen. Ähm, es ist jetzt auch ein Astralwesen und kein Dingenswesen mehr. Kein Besschenwesen mehr. Gut. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Cool. Ähm. Also wahrscheinlich wäre es auch sinnvoll, wenn ich hier Kaylee weiterhin ihr, ihre Serenade gebe. Weil die ja vermutlich auch irgendwie darauf, weil das wahrscheinlich auch einfach ein cooles Monster ist so. Aber, ähm, ja, ich mag allein auch schon Carnivipa lieber, ne. Aber Drahtknapp ist halt auch super. Wie, wie, ich, ich bleib mal, wir nehmen mal Carnivipa. Also wenn hier fünf, also hier fünf Sterne die magische Ebene ist, dann nehmen wir Carnivipa mal nach vorne mit vier Sternen. So, Gerüchte. Wie ich hörte, ist Käpt'n Wall ist gerade im Park. Der Park, wo ich gerade herkomme. Gut. Da so. Mhm. Okay. Da wollte ich ja eh hin, ungefähr in die Ecke. Das ist jetzt natürlich ein bisschen viel hin und her. Ähm, hast du noch ein paar einfache Kassetten für mich? Ich habe, achso ja, mittlerweile habe ich sogar ein bisschen Ressourcen dafür. Das ist doch super. Ja, mehr möchte ich nicht. Danke. Der eine Typ da übrigens war Eugene. Jemand, der etwas gegen Makler hat, verständlicherweise. Weil sie alles, ähm, kommerzialisieren wollen und gentrifizieren und vor allen Dingen Profite rausschlagen. Ähm, du solltest passive Aktionen nicht unterschätzen. Hier, schau dir meine neue Stickerauswahl an. Ja, passive Sachen sind meine Lieblingssachen. Ändert den Typ des Benutzers, wird zu Beginn des Kampfes automatisch für 0 AP angewendet. Ähm, ja, das gleiche. Brennende Leidenschaft. Ähm, Nahkampf und Fernkampf, wenn dieser den Status verb... Erhöht, achso, erhöht den Angriff. Okay. Ja. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Hier wird, glaube ich, viel damit gespielt, dass man seine eigenen Monster angreift. Und denen dann irgendwelche Statuswerte, ähm, äh, Statusveränderungen auferlegt, die sie dann stärker machen und so. Weil es auch so eine coole Mechanik gibt, wo zum Beispiel, ähm, wenn man ein Plastikmonster angreift, dann wird es zu einem Giftmonster-Typ wegen der Dämpfe, die entstehen und sowas. Und das, äh, das hat, glaube ich, relativ viel Tiefgang. Wenn deine TP über 80% liegen und dein Angriff sie auf 0 verringern würde, überlebst du mit 1%. Also, kein One-Hit-KO mehr, okay. Entfährt automatisch die Schwächung des Benutzers, wenn seine TP unter 50% fallen. Ja, ja, sind gute Sachen dabei. Ähm, kann ich mich denn hier irgendwo hin teleportieren? Zum Beispiel an dieses Lagerfeuer. Oder hier hin. Ah, zum Ranger-Außenposten können wir uns nämlich teleportieren. Sehr gut. Haben uns gerade einmal Feuer kurz erholt. Es wirkt trotzdem, als sollte es nicht so sein. Ich muss mich für meinen dreisten Freund entschuldigen. Okay, cool. Ah ja, stimmt. Es gab irgendwann mal einen Kampf. Oh, das könnte doch der, der Meister Wallace sein, ne? Stimmt, eigentlich wollte ich die Ranger-Alte besuchen. Ähm, ja, wie erreiche ich den? Am besten, indem ich von da oben aus anständig springe, ne? Nächster Versuch. Äh, es könnte aber trotzdem knapp werden. Ja, ich glaube jetzt einfach mal nicht dran, aber, ne. Das heißt, ich muss von, mit ein bisschen Glück geht das von hier aus. Ne. Dann habe ich keine Ahnung, wie ich da oben hinkommen soll. Von hier aus. Ich, äh, werfe auch ziemlich schnell die Flinte ins Korne, ne? Ähm, das Korne in die Flinte. Ähm, das Korne ins Feldbett. Ne, Moment. So, Sprung, ach, man, Sprung, es ist mir egal. Oh, Hopskin? Das Hopskin was anderes. Ähm, Hopskin ist wahrscheinlich was anderes als dieser... Hä, ist das einfach die Weiterentwicklung von Sprungfeder oder was? Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann Sprungfeder vielleicht doch ein bisschen cool. So, du darfst beißen und du darfst aufnehmen. Was ist es für ein Typ? Bestie. Ärgerlich. Einfache Kassette. Go, go, aufnehmen, Hopskin. 21% ist unterwältigend. Ja. Beißen ist eine gute Idee gewesen. Wollten wir auch machen. Hat sehr gut funktioniert. Komm, komm, komm. Ah, 60% fast. Hat funktioniert. Cool, wir haben einen Hopskin. Es scheint die Weiterentwicklung von... Ja, ja, genau. Ähm, der Hopskin lockt seine Beute mit Bernsteinaugen und breitem Lächeln an. Wer auf diese Scharade jedoch reinfällt, wird rasch mit den Rasiermesserscharfen Krallen niedergestreckt, die er unter einem dreckigen Mantel verbirgt. Sehr cool. Hopskin wurde der Sammlung hinzugefügt. Und Hopskin wurde besiegt. Nett. Ja, cool. Okay, dann haben wir jetzt auch immerhin was für den Monsterdex getan. Äh, okay, das heißt, ich kann hier hoch, ich kann hier hoch, ich kann da lang. Es fängt ab zu regnen. So extrem nett. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir hier nicht so viel im Weg stehen würdet. Oh mein Gott, es hat geklappt. Es hat funktioniert. Ich bin so schlecht in diesen Sprungpassagen. Oh, der neue Junge. Sagte Meredith. Ähm, du wusstest von mir? Hoylake hat von dir erzählt, als er einige Teile aus meinem Laden abgeholt hat. Hast du ihn schon kennengelernt? Der ist echt schlimm. Wusstest du, dass er überhaupt kein richtiger Wissenschaftler ist? Wovor er nach Neuwirral kam, war er ein Datenanalyst. Ha, Datenanalysten. Am I right? Ähm, jemand muss ihm mal sagen, dass man nicht automatisch zur Persönlichkeit wird, wenn man ein T-Shirt mit dem... Dass man nicht automatisch zur Persönlichkeit wird, wenn man ein T-Shirt mit dem Aufdruck Ich liebe Wissenschaft trägt. I'm Meredith. Aber egal, ich bin Meredith. Ähm, viel Spaß dabei, hier mit uns anderen bis an dein Lebensende festzusitzen. Ich finde einen Weg von der Insel. Wie süß, du bist neu hier. Tut mir leid, es gibt keinen Weg von der Insel. Es gibt nur seltsame, albtraumhafte Kreaturen und uns. Auf einer Insel. Ganz einfach. Naja, ich wollte nur mal ein bisschen frische Luft schnappen. Komm doch mal in meinen Laden in der Stadt vorbei. Das gelbe Gebäude an der Promenade. Machen wir. Er ist anscheinend nicht der Ranger gewesen übrigens. Nicht der Ranger-Professor. Ähm, eigentlich wollten wir irgendwo hin, wo unter der Erde Geräusche sind, als würden da Autos umherfahren oder so. Äh, tata, 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 dass der Boden bebt. Als wäre ein großes Fahrzeug unterwegs, genau. Das klingt nämlich irgendwie spannend. Und ich bewege mich immer noch hier nur auf dieser, äh, horizontalen Achse eigentlich. Ähm, also ich habe schon Wege nach, ach meine Güte, ich habe schon Wege nach oben gesehen. Aber, ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen überwältigt von so viel, so, von so einer großen, relativ offenen Welt. Trainerkampf, komm. Neuling, hör nicht auf die Heiden in Hafenstadt. Achso, achso. Kultist, alles klar. Skellangelist. Skellavangelist. Skellavangelist wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Das ist, ähm, ja, es ist fast ein gutes, äh, wie sagt man, Wortding. Wollweeper. Oh, Wollweeper sieht sehr cool aus. Äh, Wollweeper soll beißen. Wollweeper beißt und fügt Skellavangelist sehr viel Schaden zu. Skellavangelist. Astraltypen beziehen ihre Kraft aus den vier Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört irgendwo. Ähm, und wir, achso, und jetzt sind wir auch erst ein Doppeltyp. Sonst sind alle immer Monotypen. So, wir haben gewissen, der Kultist wurde aus der Skellavangelist-Form geprügelt und ist jetzt auf den Knien. Super, cool. Ja, das war ein leichter Kampf. Ja, dieses Fusionieren, ähm, Hafenstadt steht unter der Kontrolle von Ketzern. Nimm dich vor ihrer falschen Erlösung in Acht. Okay, okay. Ähm, ich habe immer noch nicht so ganz, ganz gerafft. Äh, das ist natürlich spitze. Ähm, ich kann hier drunter gehen und dann, na, na. Na, naja, okay. Ähm, ich kriege dich hin. Ähm, also, weil ich, ich bin so, so, so sparsam mit den Fusionen immer. Ich, äh, will halt nicht, dass es eine seltene Ressource ist und dass ich das dann vor allen Dingen nicht, wenn doch irgendwie spontanen Bosskampf kommt. Also, der erste Bosskampf war sehr, sehr spontan, fand ich. Ähm, äh, dass ich dann die Möglichkeit nicht habe. Der Boden hier bett manchmal, als würde eine riesige Bestie unter unseren Füßen durch einen Tunnel rasen. Sagt mal, diese Steine sind in einer seltsamen Muster angeordnet. Diese Steine sind in einem seltsamen Muster angeordnet. Findest du? Ein Wächterlöwe, dann können wir den auch noch fangen, aufnehmen. Entschuldigung. Wir schärfen unsere Klauen. Wir benutzen eine Kristalllinse. Achso, das ist auch eine Karni-Wiefer, ne? Hä, Moment. Moment, aber wir, wir, warum ist die andere Karni-Wiefer Gift und unsere Karni-Wiefer ist Eis? Warum fällt mir das jetzt erst auf? Ich, ich rede, oh mein Gott, das ist die dritte Folge und das fällt mir jetzt erst auf. Ähm, ausgesorgte Charaktere erleiden am Ende ihrer Runde Schaden. Gegner werden mit der Menge der abgezogenen Gesundheit geheilt. Okay, Egelsamen, alles klar. Ähm, dann möchte ich, glaube ich, auch diese Karni-Wiefer haben. Das ist ja, das ist ja, das ist ja crazy. Und ich sollte die Kassetten sortieren, ansonsten, ähm, wird mich das immer Zeit kosten. 52% im Normalzustand, okay, wir weißen und... 100% Vorausgesetzt, der Wächterlöwe greift nicht Kayle hier an. Die innere Harmonie von Astraltypen kann durcheinander geraten, wenn sie den unreinen Elementen Plastikgift und Metall ausgesetzt werden. Charaktere mit Berserker können nur Aktionen einsetzen, die Schaden verursachen. Okay, wir haben jetzt Berserker. Okay, und wir sind immer noch bei einer 100% Chance für die Karni-Wiefer, super. Wächterlöwe hat eine Nahkampfabwehr gestartet. Es ist halt einfach eine andere Karni-Wiefer, wie cool. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass die anderen ja Gift sind. Das ist mir jetzt zufällig aufgefallen. Ähm, ja. Ja, also wir sortieren jetzt erstmal. So. Ähm. Er nimmt auf und er macht einen Biss. Das könnte gut sein. Könnte. Er sieht total nach Hippie aus, in meinem Charaktermodell, ne? Das ist, ähm, naja. Oh, 45% ist jetzt nicht so mega viel. Ich hatte mir ein bisschen mehr... ein bisschen mehr Schaden erhofft. Oh nein. Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön. 45% hat gereicht. Wie es ja auch sein darf. Es sind ja ungefähr 50%. Wächterlöwen sind loyale und wehrhafte Wächter, die meist an den Eingängen wichtiger Höhlen auf den Grasebenen von Neu-Wirral stehen. Wenn man einen ohne Höhle in der Nähe findet, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass etwas versteckt ist. Ähm, cool. Cool. Cool, cool. Wächterlöwen wurde der Sammlung hinzugefügt. Und wir können den Wächterlöwen jetzt hier jetzt erstmal aufessen. Weißen, Weißen, Weißen. Ja, einmal noch die Runde. Ja, es ist natürlich so ein... Das ist so ein bisschen so eine Egelsamen-Strategie, die der Gegner hier verfolgt. Seid ihr bereit für ein bisschen Greenscreen-Magie? Ja, es ist super, ne? So, keine Müdigkeit. Ähm, irgendwas ist mit den Steinen hier nicht in Ordnung, ne? Naja. Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so richtig, was nicht in Ordnung mit den Steinen ist. Was da ihre Formation mir sagen soll. Also mein erster Gedanke ist natürlich, dass ich auf jedes dieser schwarzen Löcher einen Stein legen muss. Aber es war ja vorher eigentlich so. Hm. Was hat er gesagt? Der Boden hier bett manchmal... Sag mal, diese Steine sind in einem seltsamen Muster angeordnet, oder? Ja, und da oben sehe ich auch so einen Schalter. Inwiefern mir das jetzt alles hilft, raffe ich noch nicht. Da ist eine Drahtknappe, okay. Ne, hier waren wir schon und haben das mit den Schaltern gemacht und den Steinen. Hm, hm, hm. Muss ich dafür doch hier lang? Ich glaube nämlich, ich würde es irgendwie unwahrscheinlich finden. Man kann ja auch einfach hier umher schieben und ich mache mir die ganze Zeit Mühe, die aufzuheben. Oder kann ich... Ah, Mist. Komm. Ah. Das könnte vielleicht funktionieren. Nein. Manchmal glitschen die nämlich ganz schön rum. Ah, kann ich im Springen werfen? Kann ich. Oh mein Gott. Das war sowas von absoluter Zufall. Ähm, halt, ich kann... Konnte ich hier einfach hochspringen? Nein, nein, nein. Einfach so hätte ich da unmöglich hochspringen können. Ich denke, das war nicht ganz im Sinne des Erfinders, was ich hier gemacht habe, aber... Äh, ich bin damit zufrieden. Ich muss dir was erzählen. Und danach wirst du mich vielleicht nicht mehr so toll finden. Tut mir leid. Ich habe... Und ich schätze, ich war auch eine von ihnen. So eigenartig war das gar nicht. Aber der Anführer, Dorian, ist besessen von Erzengeln. Morbidstadt wurde mit dem Ziel gegründet, allen zu helfen, aber schon bald ging es in der Stadt nur noch um das, was er wollte. Das ging bis zu einem Punkt, an dem ich mich dort nicht mehr zu Hause gefühlt habe. Es war zu spät für mich noch irgendwas zu ändern, also bin ich weggelaufen. So kam ich vor einem Jahr nach Hafenstadt. Ich will es unbedingt allen recht machen, weil ich in der Vergangenheit so viel im Stich gelassen habe. Aber wenn Dorian weiß, wo sich die anderen Erzengel befinden, muss ich meine Angst ablegen und herausfinden, was er weiß. Sie lassen... Sie lassen keine Außenstehenden in die Gemeinde. Aber an mich müssen sie sich noch erinnern können. Ich glaube, ich könnte hineingelangen. Ziehen wir das zusammen durch? Aber hallo. Das wollte ich hören. Hoffentlich hat das alles ein gutes Ende. Okay, alles klar. Ich markiere den Eingang zur Gemeinde auf deiner Karte. Und denk dran, man wird dich nur reinlassen, wenn ich dabei bin. Okay. Ich habe den Titel nicht gelesen. Ärgerlich. Erzähl mal, wie gefällt es dir, im Freien zu übernachten? Ich bin lieber drin. Das ist schade. Wenn du die Insel erkunden willst, musst du dich wohl daran gewöhnen, im Zelt zu schlafen. In Neu-Wirral gibt es nämlich keine Hotelketten oder so. Okay, cool. Danke für diese tolle Unterhaltung. Oh, Carnivipa kann aufsteigen oder remastert werden. Die Kassette Carnivipa zu einer stärkeren Gestalt remastert. Ja. Okay, und hier wurde ich nicht gefragt, ob es irgendwas... Oh, das ist nicht mehr so süß wie Carnivipa war, auf jeden Fall. Maskklapper. Ja, Mask... Achso, Maskklapper. Okay. Es wird davon ausgegangen, dass Maskklappern ihre gesichtsartigen Panzerplatten auf den Kopf nutzen, um Beute anzulocken. Das ist jedoch ein Mythos. Die Gesichter sehen nämlich derart unheimlich aus, dass sie niemand dazu bringen könnte, sich ihnen zu nähern. Sehr gut. Und hallo, Schönheit ist im Auge des Betrachters und so weiter und so fort. Ja, okay. Kassettensammlung könnte ich mal nachschauen. Ja, ist... Ja, hm... Hm... Ja, es ist irgendwie eine Variation oder so, die ich da habe. Das ist... Das gefällt mir ja natürlich gut. Äh... Ich sollte... Oder ich möchte... So toll ich den Drahtknappen auch... Nee, ich glaube, elf los sollte ich loswerden. Ich glaube, ich möchte elf los loswerden. Elflos loswerden. Zur Sammlung hinzufügen. Denn wir haben schon einen Eismonster und ich brauche nicht noch eins. Und Drahtknappe ist dann jetzt unser Bestientyp, wo Woltergeist keiner mehr... Kein Bestientyp mehr ist. So. Und das heißt, wir nehmen den Wächterlöwen mit, um auch noch einen Pflanzenmonster zu haben. Das klingt super. Das klingt richtig klug. Das klingt, als würden wir was richtig machen. Ähm... Ich glaube, als nächstes möchte ich Pom-Bombe auf fünf Sterne bringen. Das wird, glaube ich, cool. So. Und ansonsten... Habe ich schon wieder verpeilt? Achso, genau. Unter der Erde brummelt es hier, ne? Ja. Wer bist du? Hast du rote Augen? Darwin. Diese Insel hat mich gelehrt, dass weder die stärkste noch die intelligenteste Spezies überlebt, sondern die anpassungsfähigste. Verwandeln wir uns. Ja. Das ist natürlich witzig, dass Darwin das sagt. Drahtknappe. Go-Go-Drahtknappe. Ähm... Schärfen... Und entzünden. Ähm... Die innere Harmonie von Astraltypen kann durcheinander geraten, wenn sie mit Plastikgift und Metalle auseinandergesetzt werden oder ausgesetzt werden. Und jetzt sind wir, wir sind in so einem Berserker-Modus, wo wir nur noch Schaden macht und Angriffe benutzen können. Ausweichen, ausgeglichen. Okay. Rambock oder Beißen. Wir machen trotzdem mal Rambock, glaube ich. Heiße Kartoffel ist nicht sinnvoll. Heiße Kartoffel muss man auch was machen, der das lieber Fernkampfangriff benutzt. Weil ansonsten hätten wir uns jetzt selber die heiße Kartoffel auferlegt. Obwohl, der ist ja schneller als wir. Das wäre vielleicht sogar... Das wäre vielleicht sogar... Hätte funktionieren können, eventuell. Aber ich habe mich noch nicht einmal getraut, das zu benutzen, weil ich keinen Bock habe, dass ich selber eine heiße Kartoffel kleben habe. Hot Potato. Abwehrhaltung, Elementarwahl. Okay, cool. Naja. Naja, alles gut. So langsam steige ich durch. Ich glaube, wir haben nicht mehr nachgesehen, ob unter dem Bett Monster sind, als wir erkannten, dass sie in uns waren. Aber was sagt das über diese Insel aus? Sind diese Monster in uns Gott oder sind wir einfach nur unter seinem Bett? Aus den Augen und aus dem Sinn. Meine Güte da wen, Alter. Kann man hier hochklettern? Nee. Ranger Wallace und sein Team aus Spitzenbauarbeitern haben diese Brücke vor kurzem, ich vermute, renoviert. Oder gebaut. Ich war nicht schnell genug. Ah, okay. Ich kann gar nicht hier durchs Wasser. Also. Dieses ganze Gleiten-Ding funktioniert einfach nicht so mega zuverlässig. Also es sollte funktionieren, wenn ich die A-Taste gedrückt hatte. Hier funktioniert das auch, aber es funktioniert anscheinend nicht über Wasser. Aus Gründen. Ah, okay. Okay. Naja, aber jetzt bin ich ja immer noch nicht, jetzt bin ich ja nicht mehr hier, wo ich eigentlich sein wollte. Ne? Ich wollte ja eigentlich herausfinden, warum unter der Erde hier so Autofahrgeräusche sind oder so. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hm. I don't get it. Vielleicht ist es auch das Problem, dass ich die Steine zu früh bewegt habe oder so. Hm. Das ist natürlich auch ein spannender Stein da. Herbsthügel. Ja. Äh, Herbsthügel. Dann ist Feuer gut gegen den Allseher. Achso. Ja. Es sind halt so eher andere Effekte, die irgendwie Pseudologisch sind auf jeden Fall. Ähm. Ne, Blitztyp. Ähm. Ne, Blitztyp. Ne, na, schade. Und heftiger Biss. Komm, spring auf 100%. Yes. Außer. Nein. Okay. Und Allseher haben wir dann auch mal gefangen. Wir könnten auch dieses Maskklapper direkt mit aufnehmen. Allseher sind hauptsächlich nachtaktiv und schweben mehrere Meter über dem Boden. Ihren Namen haben sie ihrem unangenehmen Verhalten zu verdanken. Vorbeigehende Menschen schweigen mit einem scharlachroten Auge zu beobachten. Okay. Allseher wurde der Sammlung hinzugefügt. Und Allseher wurde besiegt. So. Wir werden die Maskklappe auch nochmal beißen. Und ich hoffe jetzt einfach mal. Also ich würde die gerne fangen, einfach weil es halt ein anderer Typ ist als dieser Maskklapper, den wir ja im Team haben. So die Theorie. Jetzt hier nicht, dass das so ein Completionist 120% Ding sein soll, aber es wäre schon cool. Und vielleicht gibt es Erfolge. 52%. Ah. Ich erfahre eine Münze und yes, yes, yes. Got it. Wir haben es. So, jetzt müssen wir ihn nur noch fertig besiegen. Beziehungsweise es reicht sogar, ne? So in der Form. Cool. Sehr, sehr gut. Wir haben ein bisschen Metall gefunden. Metall ist glaube ich auch recht selten. Ähm. Das hätte deutlich schlechter laufen können alles. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, was ich mit dem bebenden Boden machen soll. Und ich weiß auch nicht, warum ich diesen Käpt'n auch noch nicht gefunden habe. Der müsste auch hier irgendwo sein. Sollte ich vielleicht erstmal in den Käpt'n? Ja, komm. Ich gehe erstmal zum Käpt'. Ah, ah, okay. Der Bereich für den Käpt'n ist halt ein größerer. Ah, ich wollte gar nicht gegen euch kämpfen. Ah. Mein Mann und ich sitzen hier seit 2060 fest. 2160 sogar. Moschketier. Witzig. Ähm. Entzünden. Entzünden wir die Plastikkrabbe und machen sie ja mit so einem Gifttyp. Also warum auch immer. Das wird gut sein. Und nein, das war ein Plastikangriff, ne? Die innere Harmonie von Astraltypen. Plastik, Gift, Metall, blablabla. Ja, und jetzt fällt mir auch ein. Es bringt mir nicht so richtig, was die Verkehrskrabe von einem Plastiktypen zu einem Gifttypen zu machen. Ja, gut. Es ist, was es ist. Dann entzünden wir auch noch das andere Plastikteil. Mist. Oh, das war aber jetzt, das war aber auch sehr, sehr knapp. Äh, tttttttttt. Er kann auch entzünden, das wusste ich nicht. Wir werden, wir werden mutig das Moschketier beißen. Und wir könnten natürlich den Pomeranian wechseln, aber warum sollten wir? Also, weil wir verlieren nicht so richtig Wasser durch. Ja, die Kassette wird beschädigt, aber naja. Entzünden wir nochmal die Verkehrskrabe. Wir waren schneller, das ist sehr, sehr gut. Auf neue Wirral zu findende Gifte sind oftmals brennbar und können mit einem Angriff des Feuertyps entzündet werden. Achso, heißt das, man kann ihn erst von einem Plastiktyp zu einem Gifttyp machen und dann von einem Gifttyp zu einem Ich-bin-Explodier-Typ machen? Na, okay. Sternschuss. Ja, okay. 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 Guter Aufkleber. Wahrscheinlich. Anscheinend weiß hier niemand von den drei Muscheln wie barbarisch. Das ist, glaube ich, ne... Ach, wie hieß der Film? Total Recall? Nee. Ähm, war der das? Doch, müsste. Wo man... Kein Toilettenpapier, sondern nur drei Muscheln hat. Doch, war das? Doch, ich glaube Total Recall. Aber bevor ich allzu viel Falsches sage, ich glaube, das kann man relativ leicht googeln. Toilette, drei Muscheln. Ja, da oben werden wir nicht hinkommen. Vielleicht hier drauf. Yes. Und jetzt sind wir hier. Das bedeutet uns nichts. Wer bist du? Ich habe in der Nähe ein paar Kugelinos gesehen, die schnell genug sind, um große Steine zu brechen. Wäre doch nett, das auch zu können, oder? Wo sind Kugelinos? Ähm, in der Nähe? Machst du noch ein bisschen mystischer. Also, ähm... Okay, ich denke, wir sollten vielleicht dann doch uns in den Norden hier ein bisschen aufmachen. Obwohl das hier ist alles voller Wasser. Da habe ich schon gar keinen... Keinen Nerv zu... Wuff! Witzig. Wolf heißt er. Und ist eine Pom-Bombe. Äh, also... Pom-Bomben haben ja hauptsächlich... Fernkampf, go. Ähm, haben ja Fernkampf. Ähm, haben ja Fernkampf. Ja, okay, klebrige Zunge ist Nahkampf, aber, ne? Radfatz ist auch Nahkampf. Ich glaube, ich hätte Interesse daran, einmal Radfatz zu benutzen und dann die heiße Kartoffel endlich auszuprobieren. Oh, AP abgezogen. Ziehen Angriffe von Zielen der vier Elemente. Ah! Ich habe vergessen, dass unsere Pom-Bombe fast totod ist. Naja. Rechter Löwe wäre sicherlich nicht so gut gegen den Feuertypen. Sirenade haben wir schon lange nicht mehr gesehen. So, wir beißen und wir knallschallen. Ja. Sieht gut aus. Wahrscheinlich hat er noch ein Monster, genau. Oh, das ist... Okay, das hatten wir schon. Nochmal einen Sternenschuss, würde ich sagen. Und, ähm... Ausweichen. Ausweichen ist gut. Also, unser Astral-Typ ist ja super gegen, äh, Feuer, Wind, Erde, da. Wasser wahrscheinlich doch. So, wir beißen und wir knallschallen abermals. Ja, gut, dass wir beides auch gemacht haben. Ich habe nämlich kurz versucht, tatsächlich, ähm, keinen Angriff auszuwählen mit Sirenade. Okay, das ist aber natürlich auch so ein bisschen Mobbing, ne? Es ist natürlich irgendwie jetzt zwei gegen eins, also... Das sind jetzt nicht so die Kämpfe. Wow, tut mir leid. Ich hatte mich total in der... Pom-Bomben-Kassette verloren. Also, wo habe ich den Knochen vergraben? Gut. Was passiert hier durch? Doch, hier war ja in der Nähe so eine Truhe auch, ne? Ja, hm, ich weiß ja nicht. Okay. Noch ein Kampf. Hey, da bist du. Hier ist es nicht sicher. Sagte der Ranger. Mit Palagolin. Schärfen, Beißen, das Übliche. Und, ähm... Zielwasser. Zielwasser. Sehr gut. Zielwasser ist eine gute Sache. Ach, Mistmetall, ey. Jetzt ist er nämlich Berserker und jetzt kann er nicht mehr angreifen. Die spitze Stelle eines Angriffs des Metalltyps durchdringt ein Ziel des Eistyps wie eine Hacke und senkt seine allgemeine Abwehr. Oh mein Gott, das ist also die schlechteste Konstellation, die ich hier haben konnte, ja? Mhm, super. Ähm, ja gut, dann beißen wir ein bisschen und dann, äh, kristallinsen wir. Ja, okay, kristallinse. Ballert immerhin ordentlich. Zertrümmert, zertrümmert, alles schlecht, alles, alles, alles ganz schlecht. Oh nein. Beißen war immerhin okay. Beißen, Beißen und Metall ist gar kein Problem, aber wehe, du bist vom Astraltyp. Jetzt habe ich hier auch noch ein Biss ausgewählt, ne? Das war nicht, das war nicht wirklich, was ich machen wollte, aber es hat ja funktioniert. Das ist eine Menge Schaden gewesen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen anderen Ranger so... Aber wenn es aber, warum greift mich ein Ranger an? Ähm, das ist Wind, ne? Wind sollte eines der Elemente sein und damit sowohl schwach gegen Eis als auch gegen den Astraltyp sein. Eis hat sich erledigt, Astraltyp kommt. Kriegt weniger AP, sehr gut. Und dafür kriegen wir mehr. Äh, Serenade, go! Go, go, Serenade, also nee, gar nicht. Das, äh... Sternschuss. Und... Schallknall. Also wenn das wirklich so ist, dass hier jedes Monster in jeder... Wie heißt es? In jeder Entwicklungsstufe mit jedem anderen fusionieren kann. Das ist natürlich ambitioniert, ne? Ich glaube, da werden sich auch sehr viele sehr ähnlich sein und vielleicht manche auch ein bisschen kacke. Ich meine, so richtig gut fand ich die, die ich bisher nicht gesehen habe, eh nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da coole Sachen bei rauskommen. Theoretisch. Stolpern ungewöhnlich, äh, da, 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 da. Äh, plus fünf, plus fünf, plus fünf. Oh, super. Mehr Erfahrungspunkte kriegt er. Das ist, das ist eine gute Sache. Oh, schneller klappt selten. Hat Priorität vor anderen Aktionen. Plus drei Prozent Erfahrungspunkte pro Lärmplatz. Oh, das ist ja richtig gut. Irgendwie glaube ich, dass du keine Probleme haben wirst. Ich lege mich hier schlafen, ja? Äh, ich glaube, das ist ja richtig stark. Ähm, Kassette ansehen. Und das heißt ja auch, dass ich Sticker bearbeiten kann. Sticker entfernen, Sticker entfernen, Sticker entfernen, Sticker entfernen, Sticker entfernen. So. Könnte ich diesen Sticker auch entfernen? Okay, ja. Ähm, das heißt, ich wende jetzt hier nur noch diesen Sticker an, den ich gerade eben hatte, ne? Schneller klappt selten. Ähm, höhere Chance auf, keine Ahnung, Stein, was weiß ich. Plus drei, ja, super. Eins, zwei, drei, vier, fünf sind 15 plus 25 Prozent Erfahrungspunkte. Ist schon stark. Hm, ich wollte nur mal schauen, ob es hier noch irgendwie sowas gibt. Ne. Und Erfahrungspunkte erhält er ja auch, obwohl er nicht kämpft. Also von daher, ein Traum in grün, wirklich. Äh, wir wechseln vom Bombe aus. Das hätte ich nicht unbedingt machen müssen, aber ja, okay. Oh, das ist so ein, nee, nee, so ein Schattenfusionsmonster habe ich gerade keine Geduld für. Hm. Ja, am allerliebsten würde ich das mit dem, mit der bebenden Erde endlich abschließen. Was halt, also endlich abschließt ist natürlich auch... ...witzig. Was ist das hier? Okay. Aber, aber was passiert hier? Okay, wir unterhalten uns mal. Aus dem Weg. Ich führe hier wichtige Forschung durch. Oh, Forscher und Verkehrskrabe. Verkehrssperre. Hummer-Sperre. Und Verkehrskrabe kämpfen gegen uns. Ja, ähm, die machen wir fertig. Und dann schauen wir mal, ob wir das Rätsel hier vielleicht lösen können, was hier gerade ist. Äh, das Problem ist natürlich, dass es Plastikmonster sind. Und ich das eher suboptimal finde. Ja, der Wächterlöwe wird da auch nicht so mega gut sein und Drahtknapp hat keine Angriffe mehr. Gut. Ähm, ja, wir schärfen einfach mal und hoffen, dass es hier irgendwie funktionieren wird. Äh, auch hier können wir einmal ausweichen und anschließend in der nächsten Runde sinnvollere Angriffe machen. Verkehrskrabe Hummer-Sperre. Plastikwall ärgerlich. Plastikhammer noch etwas ärgerlicher, weil wir jetzt ja die höhere Ausweichen-Chance hätten. Äh, wir essen erstmal, glaube ich, die Hummer-Sperre auf. Und Schall knallen. Das ist, oh mein Gott, das ist Stufe 25, das sehe ich jetzt erst. Oh, das könnte problematisch werden. Wo bin ich hier reingeraten? Das ist das Problem mit Open Worlds. Äh, ja. Ähm. Wenn wir fusionieren, wird es uns wahrscheinlich... ...einig nicht unbedingt helfen, aber vielleicht doch. Volnade. Äh. Äh. Wenn wir jetzt beißen, dann kriegen wir vielleicht mehr... ...erfahrungs... ...äh, Lebenspunkte zurück. Das kann sein. Ansonsten... ...könnte das hier echt mies laufen. Multiclubs, weich doch aus. Du hast eine höhere Ausweichen-Chance. Mach es doch bitte. Warum passiert hier nochmal ein Multiclubs? Unser Fusionsmonster ist dood. Ja. 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 Und jetzt schicken wir den mit nur noch einem Angriff rein. Und... ...den Wächterlöwen, der vermutlich auch nicht so mega gut gegen Plastik-Sachen ist. Und jetzt... ...wächterlöwen, der vermutlich auch nicht so mega gut gegen Plastik-Sachen ist. Und jetzt... ...wächterlöwen, der vermutlich auch nicht so mega gut gegen Plastik-Sachen ist. ...wächterlöwen. ...können leicht durch Feuer verbrannt werden. Stell dir vor. Ich will... Ich will nur eine... ...eine Gegenentwicklung zu... Achso. Das ist diese X-Prozent-Short. Ich dachte, das wäre auf irgendeine Ressource oder so. Aber es ist auf... ...auf einen Schutzwall. Okay. Nein, 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 nein. So. Okay. Wir... Dieses ausgesaugte Ding ist ganz... ...das ist ganz okay. Dieses Multi-Angriff-Ding ist... ...nicht ganz okay. Aber... ...naja. Sollte ich ihn jetzt vielleicht... ...in diesem Zug einmal... Ja. So machen wir das. Wir werden ihn einmal... ...zurückspulen. Den Wächterlöwen. Ein bisschen tanky ist der schon. Der scheint das bisher ganz gut auszuhalten. Dieser verkackte Multi-Clubs. Ich hasse das. Das ist so random, ne? Wahrscheinlich kann er... ...ist das so... ...so eine typische... ...1- bis 15-mal angreifenden Sache. Das war jetzt nämlich viermal. Okay, also... ...hier wird der schnelle Clubs reichen und hier werde ich noch einmal zurückspulen, auch wenn ich mich damit ein bisschen lame fühle. Aber ansonsten wäre meine Strategie natürlich gewesen, den jetzt erstmal seine Verteidigung zu erhöhen und... ...jo, naja. So sind die Runden doch direkt wieder ein bisschen netter verteidigen. ...go. Jetzt haben wir immer noch den Einzug, wo er weiterhin ausgesaugt wird und verbrannt werden ist total easy. Ist gar kein Thema. Na-kampf, was? Na-kampf, was? Wer, wo, was? Äh, vielleicht sollten wir auch einmal Clubsen. Ne, Aussaugen ist, glaube ich, sinnvoller. Schneller Clubs hat nämlich natürlich nicht gereicht, Multi-Clubs hingegen schon. Obwohl Verteidigung sogar ganz gut gelaufen ist. Wir glauben einfach mal dran, ganz fest daran, dass der Forscher danach kein Monster mehr hat. Ja, das wird nix. Rüssel-Ampel. Können wir fliehen? Null Prozent. Was stand da? Alle meine Gegenstände? Nein. Ich verliere doch nicht alle meine Gegenstände dann. Also, wir spulen irgendwas mal neu. Und zwar wen? Äh, Pombombe. Pombombe. Genau, Pombombe könnte es regeln. Oh, ich will nicht alle meine Gegenstände verlieren. Ich mag meine Gegenstände. So, Pombombe, go. Oh. Macht er? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe ums Verrecken nicht aufgepasst. Wir werden ihn erstmal entzünden. Er macht auch entzünden. Das ist okay. Tatsächlich. Weil dann können wir ihm die heiße Kartoffel zuwerfen. Oder halt auch nicht. Du hast den Kampf verloren. Wir haben eine Menge Zeug fallen gelassen. Das ist, äh, das ist, äh. Alles okay? Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Ah, du bist wach. Ein Glück, dass dich jemand in einem Stück in meine Klinik gebracht hat. Nimm die doch mit. Ah, ein paar Sachen, die wir fallen gelassen haben, kriegen wir zurück. Okay. Wenn ihr beide durch Neu-Viral reist, wäre es klug, vorher eure medizinische Vorräte aufzufüllen. Ich kann Heimel gegen Ressourcen eintauschen, die du dabei hast. Genau wie Clemens im Café Grammophon. Pass auf dich auf, Atlas. Wenn du vorsichtig bist, sehen wir uns hier nicht so schnell wieder. Ja, Vorsicht ist jetzt nicht genau. Du kannst davon nichts mehr tragen. Ah, okay. Das heißt, wir hätten das noch mehr benutzen können. Naja, wir sind sehr unvorbereitet in diesen Kampf gegangen. Gleichzeitig konnte auch keiner damit rechnen, dass es Level 25 Gegner sind. Ja, ähm. Ich hoffe, beim nächsten Mal finden wir raus, was da für Autos unter der Erde herumfahren. Äh, ja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.